Tag 1 zu meinem Business Journey Selbstversuch, wo ich mich ein ganzes Monat lang intensivst mit dem Thema Remote Work und auch mit dem Thema Remote Leadership beschäftige. Wie du wahrscheinlich in meiner Show vor einigen Tagen schon gehört hast und gesehen hast, habe ich mich dazu entschlossen, einen Selbstversuch über die nächsten Tage und Wochen zu machen. Und da geht es wirklich darum herauszufinden, okay, wie kann ich mich am besten für Remote Work, für Remote Leadership vorbereiten, und währenddessen gleichzeitig aber auch zu dokumentieren, wie ist denn jetzt eine Geschäftsreise in der aktuellen Pandemiesituation tatsächlich. Und wie du siehst, ich sitze gerade im Auto, ich befinde mich gerade ein bisschen südlich von Venedig in Italien und ich werde das nächste Monat beruflich eben in Italien verbringen und werde hier genau diese Dinge testen. Das heißt, ich bin nicht in meinem Büro. Ich arbeite von einem anderen Ort aus und das einzige, was man im Endeffekt braucht, ist eine Internetverbindung. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, ob das auch tatsächlich reicht und ob man dadurch ganz genau so weiter Business machen kann. Und ja, du bist quasi live dabei. Ich werde dir jeden Tag erzählen, wie es mir geht, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, wenn es mal gar nicht läuft. Ich werde auch da ganz offen und ehrlich sein. Und ja, vor allem in den letzten Tagen und eigentlich in den letzten Wochen schon, wo ich wirklich begonnen habe, diesen Trip vorzubereiten, war unglaublich viel Recherchearbeit und unglaublich viel Unsicherheit vorhanden, weil sich einfach auch die Bedingungen, die Einreisebedingungen, all diese Themen teilweise tagtäglich geändert haben. Und da werde ich dir dann auch in den nächsten Tagen immer mehr Details dazu geben. Auf jeden Fall, eines schon einmal vorweg, die Einreise nach Italien, die war heute definitiv problemlos. Und normalerweise ist es eben so, dass Grenzkontrollen eben stattfinden, dass man sich öfter testen lassen muss, dass man Einreisebestimmungen hat, dass man Formulare ausfüllen muss, dass man an die zuständigen Gesundheitsbehörden sich melden muss. Also du siehst schon, Geschäftsreisen aktuell sind, je nachdem in welches Land du fährst, mit einem wesentlich höheren administrativen Aufwand eben verbunden. Das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, aber man muss sich einfach darauf einstellen und man muss einfach schauen, dass man sich richtig vorbereitet. Aber heute die Einreise nach Italien war problemlos und am Abend geht es dann mit der Fähre weiter. Und am spätestens morgen werde ich dir dann mitteilen, wie es im Quartier aussieht. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Gesundheit und wenn du dich zu dem Thema weiter austauschen möchtest, schreib mir einfach. Teil deine Erfahrungen, wie deine Geschäftsreisen in den letzten Wochen oder in den Pandemiezeiten verlaufen sind. Und vor allem, wie du dich auf das Thema Remote Work und Remote Leadership vorbereitest. Alles Gute, bis morgen. Ciao.